Wir haben hier zum Eckbau geklärt. Robin, und jetzt link! Jetzt kommt die Aufzeichnung dieses Treffers. Toll hereingebracht, schön verwertet, eine Ecke wie aus dem Leerbogen. Das Ganze jetzt nochmal von einer anderen Kamera eingefangen. Danke an die Regie. Hinter rein! Und der öffentliche Tor! Und hier die Wiederholung dieses Tores. Perfekt aufgelegt mit dieser Ecke, so machen Standard Spaß. Das Ganze jetzt nochmal von einer anderen Kamera eingefangen. Danke an die Regie. Bayern München trifft und wir steigen direkt in die Aufzeichnung rein. Und man merkt, dass die Ecken intensivst trainiert haben. Das war überzeugt. Das Ganze jetzt nochmal von einer anderen Kamera eingefangen. Danke an die Regie. Das Ganze jetzt noch mal von einer anderen Kamera eingefangen hat. Das Ganze jetzt noch von einer anderen Kamera. Ja! Das Ganze jetzt noch von einer anderen Kamera. ein solches kopfball das ist ja auch nicht alle zeigen unfassbare technik klasse und hier noch mal das tor aus anderer perspektive das ist mal wieder ein kopfball aus dem lehrbuch bei links stimmt stimmt und preistoß preistöße sind die spezialität dieses meines und das wissen wir nicht erst wir gucken uns die wiederholung und da merkt man natürlich dass der gute mann bei den preistößen eine eckereinheit eingelegt hat eine wirklich schöne aktion da konnte der schütze seine qualitäten unter beweis okay dieses tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen perspektive wunderbar erst mal nur abgewählt schauen wir doch mal genau hin und schnalzen mit der zunge superkopf wir sehen hier noch mal ganz deutlich man für den keeper ist da gar nichts zu machen naja da sieht der keeper nicht gut aus hier noch mal schön zu sehen die mauer bewegt sich nach vorne sollte der schüri bei der nachtwort sprechen was für ein freistoß kann man sowas trainieren ja der schieb sonderschichten nach dem training in kunft vor freistöße und es zahlt sich aus so der treffer noch mal in der wiederholung ein fantastischer freistoß direkt verwandelt unglaublich besonders natürlich noch in der wiederholung für solche momente da lieben wir den fußball das ganze jetzt noch mal von einer anderen kamera eingefangen danke an die regie was ist eine fälzer schütze kein problem so musst du ein fälzer schießen ja so eine chance die länder sich natürlich nicht entgegen wirklich souverän gemangelt auch auf diesem niveau nicht selbstverständlich selbstverständlich noch mal das tor aus angela kamera perspektive noch mal das tor aus angela und noch mal das tor aus angela sowie wie Untertitelung des ZDF, 2020